Und willkommen zurück in Kanada. Nein. South Park Stick of Truth. So, wir haben gerade eben den Bishop fertig gemacht. Schon wieder ein Freund. Ey, 59 Freunde, ey. Level 15 ist Maximum, oder was? Weil hier steht 10.000 von 10.000. Das wäre ja ein bisschen enttäuschend, muss ich sagen. Aber okay, so. So, wir haben auf jeden Fall den hier platt gemacht. Da drüben ist irgendwas. Was? Die Musik ist geil. Diskus des Blutes. Wahrscheinlich eine Fernkämpferwaffe. Ja. Da kann man auch noch was draufhauen. Und zwar, da werde ich... Pop, 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 oder pop, pop. Feuer, Hinsen. Jawohl. So. Also Bishop des Splatt. Was wollen wir jetzt? Quest. Kinder zum Prinz von Kanada. In Autobots rücken. Geben wir die Eile von Müssen. Hopp. Okay, machen wir doch glatt. So geil gemacht. Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da Ich bin hier nur arme Hin und Herren, Prinz von Kanada hat es schon immer gefreut. Ok. Ab nach Vancouver. Ich glaube da ist Vancouver. Das ist schon. Was hast du hier? Willst du eine gescheite Waffe? Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Kaputt schlagen kann ich es aber auch nicht, oder? Doch. Holzfäller Bart, Axt des Zerfleischers. Axt des Zerfleischers. Mach mich schwächer. Ändern. Alles entfernen. Zurück. Ich leg mal an. Ändern. 70 Wister. Yeah. Papahnenhelm. Ist das da an uns leider auch noch irgendwas? Nein. Minister, Minister. Ich hab hier was für Sie. Ja. What the? Why according to this, the prince had something to do with the bishop's murder and has imprisoned the minister unjustly. Young man, if you wish to brave the catacombs of Quebec, you would have to speak with the monks who live to the southeast of town. Only they could train you in such sorcery. Where are they? She sits here, or what? Yay. There are no monsters. There is Terence and Philip. Who are you? Perhaps he is the American, who everyone is talking about, Terence. No, it can't be. He can't be a master of spellcraft. He doesn't even know magic. He probably doesn't even know how to fart. He knows dragon shout. Any magician's apprentice can dragon shout. It's not like he farted into his hand and hit you in the face with it, Philip. My God, he can cop a spell. If he's really good, how come he can't sneak a fart behind your bag? The sneaky squeaker. Very impressive. He is worthy of our training after all. Yes. Prepare thyself, child. It is time for you to learn some true magic. That's it. Your magic is impressive, young American. Yeah. Not since Eric Von Thunderpants of Nova Scotia have we seen such prowess. But now, you must learn to control your anus muscles in just the right way to change a spell's frequency. Some objects seem too large to be damaged by magic, but now I will break through it with Nagasaki. Here, watch again. Now you try. Believe in yourself. That's it. Now let us see how Nagasaki works in battle. These three pedophiles from Alberta will have their way with you unless you damage them all with one move. Nagasaki! That's it! You have the power! The power is strong with this man. You did it! Now go out and use your anus for the good of mankind. And don't ever, ever fart on a man's balls. Yeah. Oh. Oh. 63, Freunde. Yeah. So. Wo muss ich denn jetzt hin? Ja. Geh zu den Katakomben von Quebec. Terence und Felix sind jetzt meine Freunde. Du, du du du, du 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 du… Yeeha. Skyline, kannakomben von Quebec. Hey. Heee. So. Querpick, Querpick Was sie so old? Was habe ich auf meiner Waffel? Oder? Ja, dann sind die eingefroren, aber ist das die Höhle hier oder ist das das Teil da? Ich mache alles, was ich kann! Ready? Ready? Aim? Fire! I don't think anyone can stop us. Dude, you got diarrhea, weak! I don't think anyone can stop us. I don't think anyone can stop us. Habe ich da irgendwas in Steuerung falsch oder was? Was, wenn du Nagasaki ausgewählt hast, drücke G um es grummen zu lassen. Halte rechten Stick nach oben und bewege den linken Stick herum? Hä? 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 Hallo? Asuko? Ich weiß nicht, dass ich meinen Controller eingesteckt habe oder was? Ne, mein Controller ist nicht eingesteckt. Ich sollte auch das richtige auswählen. Impressive! Ja gut, aber der erste Schmack gehört mir. Und jetzt... Ah, das machte ich nur auf eine Art, okay. Ähm... Ja, jetzt geht er hier auf alle. So. Alle betont. So. So. Damn. Alles blacke wohl. Sorry, Leute. Ich war total konfus, warum das nicht geht. Ich hab einfach das falsche ausgewählt. Sorry. So. Was hab ich denn hier drin? Gar nichts. Zieh ich an. Ender. Jawoll. Jawoll. Nicht schaden, so muss das sein. So. Oh. Je suis libre. Je suis libre. Oh. Ne vous besoin de quelque chose, tra doutes? Okay. C'est la, c'est tra doutes, pas cela. C'est la, c'est tra doutes, pas cela. Voilà. Bonjour. Merci beaucoup. C'est la. C'est la. C'est la. C'est la. wenn man die nächste Götze so Mann Du bist der Idiot Oh mein Scheiße Tschüss Ich habe das Schwert in meinen Arsch gefreut Das Schwert in meinen Arsch gefreut Klasse Was ich jetzt immer mit dem Scheiß erheben Das ist auch mit dem Nakazaki Aber nicht Ah das muss aber lange kommen Ich habe da oben immer noch diese Düster-Aids Ich habe keine Ahnung wie ich das wegkriege Leute Ich habe keine Ahnung wie ich das wegkriege Leute Ich habe keine Ahnung wie ich das wegkriege Leute Ich weiß nicht was das ist Ich weiß nicht was das ist Ich weiß nicht was das ist Ich weiß nicht Ich würde es schon gern komplett machen Der darf gar nicht mehr schwätzen oder was? Ja gut Leute dann Tut mir das leid Dann gehen wir jetzt hier raus Fertig mit Kanada Es ist aber fertig mit Kanada Achtung Jetzt bin ich auf der Kufer Ja Ja Ah ja Hier ist kein Farmer Ja Es ist ja schön und gut Aber ich habe hier keinen Schlüssel Ich komme hier nirgends rein Kann da auch nicht klingeln Oder sonst was Ich habe keine Ahnung Ich habe keine Ahnung wie ich den in seine Flöte kriege Keine Ahnung wie ich den in seine Flöte kriege Schreibt mir gerne in die Kommentare schreiben Ich will bis du es geht Ich kriege es nicht hin Schönen Tag Komm ich da irgendwie nach hinten Da ist doch Ach nee das ist die Hand Ja Gut Ich bin auch gespannt was die Mädchen aus von mir wollen Was ich jetzt noch machen See? Right here it says that five women were at the clinic that day And right there it says Nancy Turner 3.30pm That's Heidi's mom So Heidi Turner was a two-faced bitch The evidence is irrefutable Thanks new kid We now know it was Heidi Turner all along who was spreading the rumors Freaking whore Two-faced buttrag Fuck Heidi Turner and her fucking two-faced ass But Heidi's really sorry So we're deciding to forgive her I love you guys so much We love you too Heidi Yay 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 Your circuit works well new kid So you have our services Tell the boys we will play their game Sparkle Sunshine Ich glaub's nicht Ich glaub's nicht Ich glaub's nicht Ich glaub's nicht Wir haben's geschafft ANN Liebes Tagebuch Heute habe I neun Freue, ja. Klingel der Feenprinzessor, nicht das geil. Und Karma, okay. Was ist da als Stärke von? Ich kaufe beides. Und das Karma brauche ich. Ausrüstung. Junge, wenn ich die anziehe, weißt du, wie viel Energie ich habe. Danke. Wow. Jetzt machen wir erstmal hier alles entfernen. So. Okay. Jetzt kann ich hier wieder... Aber bei Zombies nützt es nix. So. Leute, ich habe jetzt 8.716 Energie. Jetzt passt er auf. Und null Rüstung. Meine Güte. Ne, ne. Ich halte schon bei, so wie es war. Ja. Keine Sorge. Denk mal damit so ganz gut gerüstet. Ja, die Handschuhe. Ich muss mal... Aber wir haben immer noch viel mit. Das hat gut... Wir haben immer noch viel mit. So... Was? Da, was sie? Das ist doch mal ein Ort für das gefällten Handschuhe war nix drauf, Brust war was drauf Ändern Ablogen Ändern Aufm Kopf war was drauf Zehn Schockschaden Ändern So Wir sehen da jetzt mal richtig heiß aus, oder? Gute Rüstung haben wir Die Haare passt nicht Was haben wir denn hier noch? Jawoll So Richtig heiß Oh yeah So Leute Jetzt kann es abgehen im Spiel Aber Für den Fall war es das leider Ich musste leider wenden Aber schalte da hin, wenn wir das nächste Mal wieder spielen Ja? Bis dahin Ciao